Herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim TeleStammtisch. Die folgenden drei Besprechungen haben es in sich, sind sehr unterhaltsam und sind auf jeden Fall einen Versuch wert, hier mal ganz genau hinzuhören, was die Redaktion vom TeleStammtisch eigentlich so auf die Beine stellt. Beginnen werden wir mit einem Singlecast zum Film The Silence und ich kann euch sagen, Andi hat den Film für uns gesehen und war alles andere als angetan. Ich glaube, der Film kommt nicht sonderlich gut weg und er hat es geschafft, hier eine Besprechung aufzunehmen, die zumindest unterhaltsam ist und damit vielleicht schon mal mehr zu bieten hat als der eigentliche Film. Im Anschluss gibt es eine Besprechung zum Film Master Z, The Ipman Legacy. Das ist, glaube ich, ein Spin-Off dieser Reihe und hier haben sich Marc und Stu hingesetzt und den Film etwas ausgiebiger besprochen. Der Filmverleih war so nett, uns den Film vorab als Stream zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise eben jetzt relativ knapp zum Kinostart, deswegen kommt er auch mit einer leichten Verzögerung. Ihr könnt jetzt reinhören, was die beiden Jungs von diesem Martial-Arts-Spektakel hielten, ob ihnen der Film gefallen hat oder nicht und ob das vielleicht was ist, was ihr euch mal genauer anschauen solltet. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Doppel zum Film Under the Tree. Zudem weiß ich nicht viel, außer, dass er relativ depressiv sein könnte und eher von Patrick und Christine besprochen worden ist. Die beiden Hübschen haben sich online im Internet getroffen, hatten so eine Art Online-Date, nur eben mit Filmfokus und haben sich hier gemeinsam für uns über Under the Tree ausgelassen. Das Ganze gibt es nun zu hören und ihr seid herzlich eingeladen, da mal reinzuhören. Und ich würde mich freuen, von euch Feedback zu bekommen, auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload, seid ihr herzlich eingeladen, euch mal bei uns zu melden, denn da gibt es immer Möglichkeiten, mit uns zu plaudern, einen Austausch zu suchen und den kriegt ihr auch, ihr kriegt auch immer echt Feedback. Ich bin voll hinterher, dass die Leute, die dann auch die entsprechenden Filme besprochen haben, entsprechend reagieren und so. Gerade bei YouTube habe ich gelegentlich Kommentare unter den Video-Uploads, die wir dort machen und die habe ich eben auch dort auf dem Schirm und versuche da immer irgendwie die Kollegen dann anzuhalten, sich mal mit euch in Verbindung zu setzen. Ja, und im Regelfall, da läuft es auch. Nun also viel Spaß bei unserer Besprechung und bis zum nächsten Mal. Ciao! Der Regisseur John Leonetti startete seine Filmkarriere als Kameramann, unter anderem bei Meisterwerken wie Die Maske oder Mortal Kombat. Sein Regiedebüt feiert er dann mit der Fortsetzung von Mortal Kombat, nämlich Mortal Kombat Annihilation, gefolgt von einem sicher ebenso nötigen Sequel zu Butterfly-Effekt, aber auch vor nicht allzu langer Zeit hat er einen ziemlichen Hit gelandet mit Annabelle als Regisseur, nachdem er schon für einige andere James-Wan-Horrorfilme Kamera gemacht hat. Und von der Filmografie dieses guten Mannes und natürlich auch von der Romanvorlage kann man schon das Genre ableiten, es handelt sich um einen Horrorfilm. Kommt am 16. Mai in die deutschen Kinos, dauert 90 Minuten und ist ab 16 Jahren freigegeben. Als eine archäologische Expedition in einem unzugänglichen Höhlensystem in Nordamerika eine bislang unbekannte Parasitenart entdeckt, ahnt noch niemand, wie gefährlich diese Wespe, genannte Spezies, tatsächlich ist. Doch einmal freigesetzt mutieren und vermehren sich diese Urzeitmonster nicht nur, sondern greifen bald auch Menschen an. Ihre Opfer finden sie dank ihres feinen Gehörs. Schon das kleinste Geräusch lockt eine Unzahl von ihnen an. Die einst so laute Welt verstummt. Die gehörlose Ellie, gespielt von Kiernan Schiepka und ihre Familie, ziehen sich in die Wälder zurück. Denn Überleben lässt sich nur noch in völliger Stille. Gefahr geht aber auch von anderen Menschen aus, wie die Familie bald erfahren muss. Im rücksichtslosen Überlebenskampf ist jedes Geräusch ein potenzielles Todesurteil. Und dann kreuzt eine bedrohliche Sekte ihren Weg, die es ausgerechnet auf Ellie abgesehen hat. Klingt gut, oder? Aber auch irgendwie recht vertraut. Also gerade letztes Jahr mit The Quiet Place kam ja ein ziemlich ähnlicher Film in die deutschen Kinos. In dem die Monster nur hören und man immer leise sein muss und eine gehörlose Protagonistin zu sehen war und so weiter. Aber das macht ja erstmal nichts. Da kann ja der gute John Leonetti nichts dafür, wenn er schon dieses Buch verfilmen will. Und dann so ein Typ, der herkommt und ein Jahr vorher so einen ähnlichen Film macht. Vielleicht hat der das ja auch aus dem Buch geklaut. Deswegen reden wir hier mal nicht von Abkupfern. Nun ja, vielleicht nochmal in eigeneren Worten zur Handlung. Weil das vorher war abgelesen, falls ihr es gemerkt habt. Sorry. Ja, der Film startet in dieser Höhle, wie zwei Höhlenforscher so ein Loch aufklopfen. Und da kommt dann so eine Schar von irgendwelchen Fledermaus-ähnlichen Flugsaurier-mäßigen. Ach, so eine Mischung aus Fledermaus und kleinem Flugsaurier. Kommen da irgendwie tausende rausgeflogen. Cut. Dann lernen wir die Familie Andrews kennen. Mit Vater Hugh Andrews. Gespielt von Stanley Tucci. Den kennt ihr alle, weil der spielt in jedem Film mit seit 30 Jahren. Angefangen wahrscheinlich mit einem Hund namens Beethoven. Ja, guter Typ auf jeden Fall. Die Mutter wird gespielt von Miranda Otto. Die dürften die meisten wahrscheinlich aus Herr der Ringe kennen. Die spielt die Eowin. Und dann gibt es noch die bereits erwähnte gehörlose Tochter Ellie. Gespielt von Kiernan Schiebka. Die ich persönlich noch nicht kannte. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich so wenig Serien gucke. Denn die kennt man vielleicht schon aus Mad Men, Sabrina oder Unbreakable Kimmy Schmidt. Naja, und Sohn, Oma, Onkel und einen Hund gibt es auch noch. Aber ich muss jetzt mal in die Pötte kommen. So, man hat also einen kurzen Einblick in dieses Leben dieser Familie Andrews. Relativ schnell passieren aber seltsame Dinge. Denn des Nachts fliegen Helikopter durch den Himmel. Dem Hund stehen die Haare zu Berge. Und in den Nachrichten wird von einer Epidemie berichtet. Der Bevölkerung wird geraten, die Großstädte zu meiden. Und so macht sich die Familie Andrews auf den Weg in den Wald. Oder aufs Land. Also auf jeden Fall raus aus der Stadt. Ja, und das war es dann auch schon mehr oder weniger mit der Handlung. Und ich höre es auch mal auf zu tun, als wäre das ein einigermaßen seriöser Film. Denn was dann noch kommt, und wir sind hier gerade bei Minute 15 oder so. Also was danach noch passiert, ist wirklich einfach grober Mist. Dass man mit dieser relativ dünnen Handlung, es sind irgendwelche Monster unterwegs, die nur auf Geräusche reagieren. Deswegen muss man halt einfach versuchen, still zu sein. Und halt einfach zu entkommen, zu überleben. Dass man aus dieser relativ dünnen Handlung einen arschspannenden Film machen kann, hat Quiet Place letztes Jahr bewiesen. Aber wie man es einfach total in den Sand setzen kann, das zeigt dieser Film. Angefangen bei den schon erwähnten Monstern, in Anführungszeichen. Genannt Avispa, was auf Spanisch Wespe heißt. Das Einzige, was ich in diesem Film gelernt habe. Die sind einfach sowas von albern. Das sind so kleine, süße Flugsaurier ohne Augen, mit einem komischen Gebiss. Total schlecht animiert und völlig unrealistisch, sofern man das von irgendwelchen animierten Fantasie-Flugsaurier-Fliedermäusen sagen kann. Denn es gibt Szenen, da sind sie im Auto eingesperrt und die Asthma-Oma hustet hinten im Auto bei verschlossenen Türen und es kommen zig von diesen Viechern an und schlagen auf dieses Auto ein. Dann gibt es aber andere Szenen, wo sich der Herr Stanley Tucci mit irgendeinem anderen Typen prügelt auf dem Rasen. Und das ist, denke ich mal, auch nicht total leise hinzubekommen. Und da kommt niemand. Dann gibt es Szenen, da kommt einer angeflogen, setzt sich hin und schaut. Also es kommen entweder einer, zehn, hundert. Entweder sie greifen sofort an oder sie schauen erstmal ein bisschen. Also das war einfach ein bisschen unlogisch oder nicht nachvollziehbar. Aber das ist ehrlich gesagt noch das geringste Problem. Die menschlichen Darsteller fand ich nämlich ehrlich gesagt noch schlimmer. Also ich weiß nicht, was mit dem Tucci und mit der Otto los war, aber die habe ich schon mal besser gesehen. Die waren so uninspiriert und es hat einfach keinen Spaß gemacht, denen zuzuschauen. Und vielleicht bin ich einfach ein bisschen verwöhnt nach Shazam und Friedhof der Kuscheltiere, was Kinderschauspiele angeht. Aber der Sohn Puh und auch Kiernan Schipka als gehörlose Tochter hat mir nichts gegeben. Und die Oma auch. Also wirklich dumme Charaktere, dumme Dialoge, die meist auch noch dazu in gehörlosen Sprache geführt werden und man dann die Untertitel mitlesen darf. Was halt bei diesen schauspielerischen Leistungen nochmal bekackter ist, wenn die die ganze Zeit nur Handzeichen machen und dabei schauen wie so ein Baum. Andererseits, wenn es dann mal dramatisch wird oder besser gesagt dramatisch werden soll, weil es kommt nichts rüber, aber man merkt es an der Musik. Oh Gott und an Zeitlupe und Regen fällt und dann overacten die auf einmal so, als ging es um den Oscar. Naja und das Ganze dümpelt dann gemächlich so dahin, dass man sich nach einer Stunde schon fragt, ja und was kommt jetzt noch? Und dann auf einer Reise in die Stadt, auf der sie dann irgendwie nach Medikamenten suchen, denn die Mutter wird gebissen und ach, zufällig ist die Oma ehemalige Krankenschwester und verarscht sie dann und sagt, wir brauchen Antibiotika. Deswegen geht der Stanley mit seiner Tochter in die Stadt und dort steht auf einmal so ein creepy Pfarrer rum und schaut, bisschen strange und hat so einen Zettel, wo er immer drauf schreibt, kommt mit mir, schließt euch mir an. Sie sagen, nö, doch fünf Minuten später stehen sie dann doch vor der Tür und bedrohen sie und sie können natürlich nichts machen, er kann sie mit der Waffe nicht bedrohen, denn wenn er natürlich schießt, kommen die fiesen Monsterflugsaurier-Fledermäuse vorbei. Und so packt der Pfarrer und seine Sekte dann die Tochter ein aus dem Grund, dass sie fruchtbar ist, schreibt er auf seinen Zettel, schießt Fertile. Also Moment mal bitte, nicht nur, dass dieser Plot total aus 28 Tagen später geklaut ist, außerdem hat man da überhaupt kein Gefühl für Zeit, denn sie fahren nachts los, am nächsten Tag sind sie dann schon irgendwie im Wald, nachdem ein Tag bekannt ist, dass diese Flugsaurier-Fledermaus-Epidemie losgegangen ist. Und dann hat zwei Tage später irgendein creepy Pfarrer, der sich auch noch die Zunge rausgeschnitten hat, alte Sekte gegründet, die auf der Suche nach fruchtbaren jungen Frauen sind. Also ich glaube, da hat man mal vergessen einzublenden, fünf Jahre später oder sowas. Oder man dachte, man ist hier in einer Serie oder so, keine Ahnung. Also das kam mir schon sehr vor, wie bei Walking Dead oder so, wo du natürlich in der Zombie-Apokalypse siehst, was das mit den Menschen macht und was da für Sachen passieren, was für Monster aus den nettesten Menschen werden und so weiter. Aber hier, puh, ne, läuft nicht. Und das ist auch schon anfangs das Problem, denn irgendwie, nachdem man im Fernsehen sieht, dass da irgendwas passiert, sieht man so ein Social-Media-Video, wie irgend so ein Opfer in so einer Stadt halt einfach so ein Schild in der Hand hat, wo draufsteht, make no noise oder make no sound. Und irgendwie, aus unerfindlichen Gründen, wissen irgendwie alle sofort, was zu tun ist und was irgendwie läuft. Ich hab das einfach, es hat mich alles so ein bisschen überrumpelt und irgendwie hat mich das total genervt. Und auch aus dieser gehörlosen Geschichte, die Tochter ist ja gehörlos, wie schon gesagt, da denkt man ja, dass da eventuell halt irgendwie Atmosphäre mit aufgebaut wird oder dass es irgendwie einen spannenden Effekt erzeugen kann, jetzt wie eben bei Quiet Place. Aber das Einzige, was sie damit machen, ist dieser peinliche Dialog, wo sie dann dem Vater irgendwie Mut zusprechen will und dann sagt so, ich kenn mich mit Stille aus oder so, ich lebe schon immer in Stille und das war's. Und das, ach Gott, oh Gott, diese Dialoge. Ach, ich hab, glaub ich, jetzt alles kritisiert, was man kritisieren kann. Ach Gott, das tut mir auch leid, das war nicht mein Plan. Ich hab mich irgendwie gefreut auf den Film. Nein, das stimmt gar nicht. Ich wusste gar nicht, was läuft, ehrlich gesagt. Aber ich geh immer gerne ins Kino und wo der Vorspann lief und dann hab ich gelesen, ah, Stanley Tucci und so. Und dann, ähm, die Anfangsszene war okay, die ersten 15 Sekunden. Und ab da, also auch das Bild war teilweise, sah halt echt einfach nur billig aus. Ach Gott, ich könnte noch stundenlang über den Film schimpfen, aber das ist, wie gesagt, überhaupt nicht mein Plan. Einfach, äh, ich wollte einfach nur eben mitteilen, dass mir der Film nicht so gut gefallen hat, aus ein paar Gründen. Ja, zusammenfassend kann man einfach sagen, dass der Film halt irgendwie viel sein wollte, was er aber nicht ist. Also es gibt halt tausend Filme in dem Genre oder auch Bücher irgendwie, die halt einfach irgendwie viel besser sind und irgendwie atmosphärischer. Und jetzt auch bei Sachen wie I Am Legend, obwohl da war die Verfilmung halt auch kacke, aber irgendwie jetzt zumindest, was ich von der Buchvorlage gehört habe. Aber ich lese ja keine Bücher, ich lese ja nur Comics. Aber irgendwie liegen dann diesen komischen Apokalypse-Gedanken und als auch bei den billigsten Horrorfilmen damals, den Ursprüngen, ja irgendwelche tieferen Motive zugrunde. Aber das habe ich hier vergeblich gesucht. Also für mich war das einfach ein billiger Horror-Monster-Schocker ohne Grusel, ohne Spannung, ohne Atmosphäre mit fragwürdigen Schauspielern, platten Dialogen und ich höre jetzt auf. Also ich gebe den Film mal einen von fünf Punkten. Für was weiß ich schon wieder nicht, aber ich wollte jetzt nach diesem Verriss einigermaßen gnädig sein. Macht es Sinn? Nee, eigentlich nicht. Naja, wenn ihr den Film schauen wollt, ja, wie gesagt, hört nicht auf mich, schaut ihn euch an und schreibt danach eure Meinung. Habe ich es total missverstanden? Habe ich die Einblendung mit fünf Jahre später vielleicht verpennt? Ich weiß es nicht. Aber sagt Bescheid, ob ihr ihn schaut, wie ihr ihn fandet und viel Spaß noch mit den weiteren Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch. Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch bei der Besprechung des Films Master Z The Ipman Legacy. Mein Name ist Stu und heute an meiner Seite ist der Marc. Hallo Marc. Hallo Stu. Kurz zu den Fakten des Films. Der Film läuft seit dem 9. Mai in den deutschen Kinos, hat aber nur einen limitierten Kinostart bekommen. Dauert 107 Minuten, hat eine FSK 16-Freigabe und wurde gedreht oder inszeniert von, Achtung, Name, Juen Wo Ping. Ich bitte alle Leute, die chinesisch können mich, mir das zu verzeihen. Darsteller sind unter anderem Jin Tsang, Dave Bautista, Michelle Gio und Tony Jha. Und jetzt übergebe ich mal an dich, Marc, damit du unseren verehrten Zuhörern mal kurz erläutern kannst, worum es in dem Film geht. Genau, so, also, aufgepasst, der Film ist ein klassisches Spin-Off, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und spielt nach Ipman 3. Und in Ipman 3 gab es ja einen kleinen Kampf zwischen den beiden. Und der Hauptdarsteller hier in dem Film, wie auch immer er jetzt wieder heißt, Joing Tintin, hatte Ipman im dritten Teil eigentlich permanent versucht herauszufordern und ist daran gescheitert und hat danach quasi alles über Bord geworfen und hat entschieden, keinen Wingshungen mehr auszuüben und hat sich seinen kleinen Sohn geschnappt und einen kleinen Kremalan in einer kleinen Gasse aufgemacht. Und, ähm, ja, so startet der Film auch. Und es geht darum, wie die beiden ihren Leben bestreiten und wie der Zufall es so will und der Actionfilm es zulässt, ähm, gerät er natürlich in Situationen, wo er gleich wegen Zungenkünste anwenden muss und rettet, äh, zwei Damen von den hiesigen Triaden, die da ihr kleines Unwesen treiben. Hm, daraufhin ist es so, dass der eine Chef der Triaden das nicht auf sich sitzen lässt und den Laden anzündet und, ähm, die beiden, äh, der Vater und der Sohn kommen dann bei der eingeretteten Dame und dessen Bruder unter und, äh, ja, der Bruder hat einen Barladen, ich glaube, der hieß Golden, wie hieß denn das Ding? In der Barstreet und, äh, Golden, irgendwas mit Golden, weißt du das? Äh, ja, irgendwas mit Golden, ähm, Golden Bar, glaube ich, einfach so ganz plump, kann das sein? Ja, ja. Ja, also die Story ist halt sehr dünn und es wird auch noch ein kleiner, äh, ähm, Drogenhändler, also ein kleines Drogengeschäft mit, äh, etabliert, was natürlich dann auch, äh, beseitigt werden muss. Ich glaube, im Groben ist es das eigentlich auch, die Story ist ziemlich, äh, einfach und fein und klein und ich glaube, äh, für so einen Action-Marsha-Arts-Film aber auch komplett ausreichend. Ist halt so ein kleiner Genre-Film, ähm, die Handlung ist halt mit dir zum Zweck. Ich glaube, dass niemand wirklich sich eine Kinokarte für den Film kauft, weil er glaubt, das ist ein Film mit einer tollen Geschichte. Ich glaube, das kann man ausschließen. Vermutlich gehen ja wirklich nur Leute rein, die Ip Man vorher gesehen haben. Ja, ja. Äh, 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 hast du die Ip Man-Stand? Filme auch alle gesehen? Natürlich. Ich nämlich auch. Äh, wie, was hältst du von denen? Von den Ip Man-Filmen? Ja. Na, die waren eigentlich super. Ich fand eigentlich, das ist hier aber auch so, ähm, wenn der Film anfängt, haben wir hier gleich, äh, startet der Film mit dem Soundtrack aus Ip Man. Ja. Also, da hast du halt sofort eine schöne Verbindung, finde ich. Also, du merkst halt gleich, in welchem Universum das dann so spielt. Ich glaube, die Handlung ist auch ähnlich angelegt, äh, in den, äh, Ende 50er, Frühjahr, 60er Jahre. Ja. Und, äh, man, also das ist mir positiv gleich aufgefallen, man ist sofort irgendwie in diesem Universum. Also, dieses Spin-off-Charakter kommt hier super raus und man bleibt auch in dem Feeling irgendwie. Ja. Ich hatte, also, bei mir war es auch so, ich hab, wir haben den Film ja beide via Streaming nicht gesehen, äh, vielen Dank dafür für den deutschen Verleih KSM. Genau, danke. Und, äh, es war bei mir auch so, ich hab den gestern Abend angemacht nach einem stressigen Tag und hab mich echt drauf gefreut, den zu gucken. Und in den ersten Minuten war das auch so ein heimliches Gefühl, so ein heimiges Gefühl, so, wie so ein bisschen zurückzukehren, weil ich die, alle Ip Man-Filme, auch die, es gibt ja noch andere, so unoffizielle oder inoffizielle Spin-offs gelesen habe. Genau, Zero und noch ein bisschen mit dem älteren Herrn, den hab ich noch nicht geguckt. Genau. Äh, muss ich noch nachholen. Und ich find keinen davon richtig schlecht und ich find auch den hier hier nicht schlecht, also das schon mal vorweg gesagt. Aber, äh, ich find halt vor allem die ersten beiden Ip Man's immer noch am stärksten, weil, äh, die haben halt einfach eine Sache, die dem Film hier fehlt, nämlich Tony Jen, äh, doch, Tony Jen, Donny Jen. Ähm, ich finde einfach, der Mann ist eben nicht nur ein großartiger Kampfkünstler, der hat auch eine unglaublich tolle Ausstrahlung und ich, mir fehlte diese Ausstrahlung. Ich fand... Nein, der, der leidet mehr, der kann mehr leiden. Die Motivation kommt in sein Gesicht besser rüber als bei den vier. Genau, genau. Und ich muss auch gestehen, äh, dieser Ip Man von Donny Jen, der ist halt auch so, ich sag's mal ganz profan, auch irgendwie eine coole Sau. Ich, ich find diese Szene einfach großartig, wenn er einfach da sitzt und gemütlich eine raucht. Zum Beispiel, ja. Das ist großartig. Ähm, und ich muss gestehen, äh, dass der, äh, Jin, äh, Sang, der diesen Shon Tin Chi spielt, äh, der hatte mir einfach zu wenig Charisma. Genau, aber ich find, das passt ganz gut, weil er ist ja ein bisschen auch unterlegen, ja, also das ist ja quasi eher die zweite Geige im Gegensatz zu Ip Man. Äh, und das passt irgendwie, das, also der hatte genau so diesen, diesen Tucken abgestumpften, äh, abgestumpften, äh, äh, Charisma, der passt dann doch irgendwie, weil es ist ja bloß ein Spin-Off und dafür ist er eigentlich ziemlich gut. Ähm, hätte schlimmer sein können. Ich hab mich eigentlich drauf gefreut auf den Film. Ich hab, ich hab mich auch drauf gefreut und ich muss auch gestehen, ich werde, wenn wir diesen Podcast hier beenden, glaub ich, gleich mal die Ip Man 1 und 2 nochmal gucken, weil ich echt dachte, wie viel Bock hab, die Nummer zu gucken. Ähm. Ich muss aber halt gestehen, das, das, das war so ein, einer der großen Kritikpunkte für mich, dass, dass mich die Figur echt kalt gelassen hat. Auch die, ich sag es mal, Wandlungen, die sie, äh, vollführt, äh, zwar alles nicht so meins und, äh, die Handlung ist halt dünn, das ist jetzt aber, finde ich, nicht schlimm und er bedient sich auch aller typischen Eastern-Klischees. Also wir haben halt wieder die, äh, die Kolonialherren aus Großbritannien, die halt böse sind, ne, ne, das hat man auch schon tausendmal gesehen, man hat wieder das chinesische Volk, was sich dann, äh, gegen diese Besetzer zur Wehr, zur Wehr setzen muss, ähm, und wir haben natürlich auch den großen Schurken, der natürlich auch ein Ausländer ist, hier gespielt von Dave Bautista und, äh, das ist alles bekannt, äh, wurde hier aber, ich sag mal, ähm, solide umgesetzt. Genau, ne, also, also ich fand, also ich hatte am Anfang so ein Problem und dachte mir so, oh, ist das irgendwie so einfach und plump, ich, also ich bin reingekommen in den Film durch das Setting, das war super, also das ganze, die ganze Gasse mit den Lichtern und so, das funktioniert immer toll, das machen die aber bei Ip Mania auch super und, äh, dann war es aber so, dann hat man schon gemerkt, okay, die Story ist ein bisschen dünn, die können auch nicht so gut schauspielen am Anfang und, äh, ich dachte so, na, ob mich der Film kriegt, aber irgendwie so nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, war ich, hab ich gemerkt, wie ich doch in dieser Welt drin war und hab so ein paar Sachen ausgeblendet, die man natürlich kritisch sehen kann, ähm, von daher macht er natürlich für dem, für das, was er sein will, eigentlich alles richtig. Ja. Und, äh, also was man sagen kann, ähm, Martial-Arts mäßig ist ja natürlich auch nicht komplett auf dem Niveau eines Ip Man-Films, die versuchen es, es gibt ein paar tolle Kampfszenen, ich fand, also wenn man, ähm, was Negatives sagen kann zu der Umsetzung, der Martial-Arts-Sachen ist, dass es irgendwie doch zu schnell und zu viel, äh, äh, Leine ist, also man sieht, dass viel über die, äh, Zip-Lines da gemacht wurde, also viele Drehungen in der Luft und so, das wirkt alles so ein bisschen, man sieht zu schnell und das ist man von Ip Mania eigentlich gar nicht gewohnt, die sind da viel direkter, die ganzen Kampfszenen. Äh, da kommt auch ein bisschen der Regisseur raus, also dieser Juen Woping, ich glaub, der ist schon geboren, 1945 und der hat halt seine, der ist halt ne Koryphäe in dem Genre des, des Martial-Arts-Films, der hat halt in 78 halt so Sachen gedreht, wie sie, sie nannten ihn Knochenbrecher oder die Schlange im Schatten des Anblas. Stimmt, hat der nicht so Drunk, Drunking Master, Dragon, nee, was hat er immer gesagt? Kann auch sein. Er ist auf jeden Fall als, als Action-Regisseur, äh, sehr aktiv gewesen, hat unter anderem auch, äh, die, äh, Martial-Arts-Sequenzen in Matrix dafür war verantwortlich. Genau. Ne, und der kann eigentlich wesentlich besser als das, was wir jetzt hier sehen. Das ist alles wirklich, also ich glaub, wir beide würden das nicht machen können, was die da zeigen, dass das, da müssen wir ja nicht sein. Ähm, ich muss aber gestehen, ich fand keine Kampfszene jetzt richtig scheiße, aber ich war bei keiner Kampfszene so richtig drin, also es, äh, bei, bei Ip Man, äh, war jede Kampfszene irgendwie, wo ich, wo ich echt so mitgefiebert habe so und auf dem Rand meines Sessels gesetzt habe und so mitgefiebert habe mit, ähm, mit Donnie Yen und auch beeindruckt war, was sie da machen und, ähm, ich würde glaub ich Master Sie von der Action her so als gute Hausmannskost bezeichnen. Ja, das ist Standardding, das ist so Standardware, die wirklich aber funktioniert, äh, für den kurzen Zeitraum und aber nicht so in Erinnerung bleibt, ne, wir sagen, man kann äh, wir können sagen, denke ich, äh, in Ip Man, ähm, 1, war das Ip Man 1 mit, ich nehm's mit 10 Männern auf. Ich glaube ja. Und der Matte und ich glaube, die Kampfszene bleibt je in Erinnerung und, äh, jeder, der den Film gesehen hat, wird wissen, was wir meinen und, äh, so ne Momente gab's ja jetzt hier nicht wirklich. Was man sagen kann, ist, ähm, dass, ähm, Donnie Yen, Toni Yen, Toni, von OnBug, ne, wird man auch kennen. Ich denke, die Leute, die uns zuhören, werden irgendwie so ein bisschen im Bilde sein, sonst würden sie es nicht machen. Und, äh, da hab ich mich ein bisschen drauf gefreut. Der kommt natürlich ganz kurz, das ist bloß so ein Cameo, Cameo-Auftritt. Und, äh, ja, am Anfang kurz und dann zum Schluss nochmal ein bisschen wenig. War ein bisschen schade, da hatte ich mich mehr, äh, auf was Längeres gefreut. Was aber cool war, war unser großer, grüner Mann aus, ähm, dem Marvel-Film. Dave Bautista. Genau. Ähm, der funktioniert aber erstaunlicherweise gut als plumper Engländer oder jedenfalls, ne. Und, äh, auch die Kampfszenen sind nicht schlecht. Also, da merkst du halt, okay, das war, es ist, das war so ein bisschen, da hatte ich das Gefühl, wie bei Ip Man 3 gegen Mike Tyson so. Äh, was machen die kleinen Asiaten gegen richtige, bullige Wrestler in dem Fall hier, ne. Und er war, der konnte, äh, gut austeilen und auch so ein bisschen martial arts-mäßig so ein bisschen sich verteidigen, er wirkte halt nicht steif, ja. Das war ganz cool. Ich meine, man merkt schon, dass er halt aus dem Wrestling kommt, also, dass er schon weiß, was er da macht und wie er sich zu bewegen hat. Ich muss aber gestehen, also, dieser, äh, Dave Bautista hat ja als, glaube ich, Davidson heißt seine Rolle, äh, im Prinzip hier nur zwei Kampfszenen. Und in der einen ist er halt der alleinige, aktive Part. Ja. Ähm, und ich, ich mag das, wenn ein Film so einen Schurken aufbaut und dass man so entgegenfiebert, wie der, wie der Held sich ihm stellen muss und dann meistens halt erst in die Fresse bekommt und sich dann überwindet und ihn dann, dann doch fertig macht. Ich muss aber gestehen, dass ich den Endkampf irgendwie ziemlich lahm fand. Ich nicht. Der Film hat eine ganz große, positive, emotionale Eigenschaft für mich und das ist, Batman spielt mit. Und, äh, der, der Film startet schon, ich sehe die ganze Zeit nur irgendwelche Batman-Zeichnungen von dem Jungen, weil der Batman-Fan ist. Und, ähm, sehr lustig ist auch die asiatische Darstellung von der Figur. Ein ganz anderes Logo, andere Farben. Und trotzdem heißt er Batman und, ähm, da gibt's so einen kleinen Twist auch, worüber man dann, worüber dann der Film so ein bisschen aufgelöst wird. Und als dann die Figur sich natürlich anfängt zu drehen, der hat da so eine Spielfigur, die erst kaputt ist und dann wird die aufgezogen und kurz bevor der Endkampf losgeht, geht sie dann los und der Hauptdarsteller steht natürlich auf. Das war so ein bisschen Karate-Kid-Feeling. Da hatte ich Gänsehaut, weil ich's toll fand. Und da waren dann auch plötzlich mal so ein paar schöne Kampfszenen. Also ich mochte diese ganzen Schläge auf den Hals. Das war mal so eine, also ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, der hatte sich so ein paar Mal so ein bisschen gewunden und auf den Hals geschlagen und dann hat er das geblockt. Das waren so Sachen, die kannte ich so noch nicht. Also ein paar, ein paar Kampfszenen im Detail waren halt neu. Und im Großen und Ganzen natürlich war das zu wenig, aber es gab so kleine Momente, wo man dann doch schon mitfiebern konnte. Also so ging's mir. Ja. Ja. Also ich verhole mich da. Ich fand keine der Kampfszenen jetzt wirklich schlecht, aber einfach vom Namen im Titel Ibman habe ich halt einfach mir mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Und vor allem halt mit dem Regisseur. Und bezeichnend dafür ist auch eine kurze Actionsequenz, da kämpfen sie auf den Neon-Schildern dieser Barstreet. Und ich hatte immer das Gefühl, dass sie da eigentlich das Optimum rausholen, weil die Szene relativ kurz ist. Und ich irgendwie das Gefühl hatte, also es ist früher oder in anderen Filmen hätte man da glaube ich mehr rausgeholt, als das, was sie jetzt getan haben. Das fand ich echt schade. Das lag glaube ich daran, dass hier ein Jackie Chan fehlte, weil das ist ja so eine Parade, das ist ja so quasi eine Parade-Sequenz. Ohne Seile einfach drauf los springen, hopp, hopp. Und man sieht halt jedem Stuntman den Schmerz an. Das konnten die hier nicht so rüberbringen. Das lag aber wirklich, denke ich, an den Seilen, weil man hat gesehen, wie langsam die fallen, weil die an den Seilen hingen. Und auch so manche Szenen, wo die sich festgehalten haben, hast du halt gleich gesehen. Ich glaube, also da muss ich dran denken. Gerade so mit den Bambusröhren. Am Anfang dachte ich mir, jetzt kommt so ein bisschen Rush-Hour-Feeling auf. Und auch da war das natürlich besser. Aber ich mochte das mit den Schildern und das war das Setting, was dann wieder funktioniert hat. Aber das ist mir auch aufgefallen. Es war so ein bisschen wie angezogene Handbremse. Also ich glaube, das ist auch ziemlich bezeichnend für alle Kampf-Szenen. Es wirkte alles so ein bisschen wie angezogene Handbremse. Ja, das stimmt. Ich fand es aber schön, dass Michelle Gio oder Gio mit dabei war. Ja, die hatte auch, glaube ich, ein, zwei Kampf-Szenen und eine sehr, wie ich fand, im Schwarzen Romo angesiedelte Bestrafungsmethodik für ihren kleinen Bruder am Schluss. Ja, das mochte ich. Also generell, also ich glaube, sie ist ja auch eine Darstellerin aus Tiger and Dragon und ziemlich bekannt im asiatischen Raum. Und das trifft, glaube ich, auch viele dazu, die da mitspielen. Also der Bruder von der Bar, den kennt man natürlich auch aus diversen Ip Man-Filmen und asiatischen Filmen. Der kam, der kommt ja eigentlich immer drin vor. Und dann gab es noch so einen kleinen Dicken, den sieht man auch immer. Der war dann auf der bösen Seite. Ja, das ist für mich der Grund, warum ich den Film nicht empfehlen kann, weil immer auf die Dicken, das finde ich nicht gut. Ich als Dicker bin das ein Unverschämter, das auch. Das war ja nur einer. Die anderen waren ja schlank. Nee, ja. Genau, aber so an sich. Die Triade an sich, die dann plötzlich versucht hat, gut zu werden. Das fand ich eine nette Nummer. Das war so eine kleine Nebenstory, die irgendwie die Triade, also die Hauptcharakterin hier, die Chefin, ein bisschen sympathisch wirken ließ. Es gab so ein paar kleine Sachen, die eigentlich schon nett waren, auch so die Dialoge in dem Steakhouse, wo die da mitsteigern will und dann rausschmissen wird und so. Es gab so ein paar kleine Sachen, die waren schon wirklich nett. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Story, weil man, ich glaube, deswegen sagen wir auch nicht, dass die Story komplett scheiße ist, weil es gab so ein paar kleine Momente, die gut waren und die schlechten Szenen, da wusste man, okay, die müssen ein bisschen Lücken füllen, damit man wieder kämpfen kann und das kennen wir beide, denke ich, zu Genüge und können uns damit abfinden. Wollen wir zum Partit kommen oder hast du noch was? Warte, ich gucke mal, ich habe hier noch so eine schöne Liste. Oh. Also, positiv, das Setting, das hatten wir. Positiv war die Musik am Anfang auf jeden Fall. Der Batman-Part war toll und genau, Tonian, da habe ich schon gesagt, nee, ich glaube, wir haben alles gesagt, der Film läuft ab 9. Mai, das war heute oder gestern, was haben wir heute? Das war gestern. Genau, gestern. Also, ich denke, was wir schon sagen können, ist, jeder der Elbmann oder generell die Art von Filmen mag, kann ruhig hier ins Kino gehen. Ich hätte mir den auch im Kino angeschaut, weil das Sounddesign war auch nicht schlecht, also der Sound, die Wucht der Schläge, der kam schon gut rüber. Genau. Und Fazit kann ich sagen, also von mir kriegt der Film, denke ich, eine 3,5 im Bereich Genre halt. Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die damit nichts anfangen können, den Film eine 1 oder eine 2 geben. Das kann ich aber auch nachvollziehen. Also hier, das ist ein klassischer Genre-Film. Da muss man schon wissen, worauf man sich einlöst und nicht so wie meine schöne Anekdote von Polystory oder sowas, wo dann Leute im Kino sitzen und sagen, ja, na klar, das geht ja auch natürlich und der steht immer noch und jetzt fährt er auch noch mit dem Bus. Ja, also solche Leute sollten die Filme generell meinen, aber Genre-Fans werden hier, denke ich mal, standardmäßig bedient und auch Spaß haben. Ja, ich bin etwas härter. Ich gebe nur 2,5 von 5 Punkten. Ich fand ihn eigentlich mittelmäßig. Ich glaube, das trifft es am besten. Er war hier und da gut, hier und da war solid. Es gab ein paar Sachen, die haben mir missfallen, aber insgesamt ein Film, den ich mir wahrscheinlich irgendwann mal auf DVD angeguckt hätte und der ganz deutlich hinter den, vor allem ersten bei einem Ibn-Man-Film steht. Aber immerhin habe ich jetzt wieder Bock, die zu gucken und freue mich jetzt gleich, zu meinem DVD-Regal zu gehen und Ibn-Man rauszuholen. Und dann vermöbelt Donnie Yen voller Wucht und Eleganz böse Leute. Freue ich mich drauf. Ja, der Film ist ein guter Lückenförder zu Ibn-Man 4, der jetzt bald kommt. Im Juli startet der, glaube ich, drüben bei den Chinesen. Mal gucken, wann er bei uns kommt. Den Film werde ich definitiv im Kino gucken. Ich auch. Und ja. Also Leute, wer ein bisschen Spaß haben will für zwischendurch, dafür ist der Film allemal zu empfehlen. Alles klar. Gut, dann können wir uns jetzt verabschieden. Ich mache es ganz schnell. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und jetzt überlasse ich dir die Schlussphase ganz alleine für dich. Das heißt, wenn du noch irgendwie Projekte hast, die du vorstellen möchtest oder so, ist das deine Chance? Nö, nö. Alles gut. Wir hören uns demnächst. Und wir wünschen euch, denke ich mal, alle beide viel Spaß beim Filme schauen. Vielleicht werden wir das hier ein bisschen etablieren und so eine Asia-Sparte aufmachen. Ja. Das bietet sich ja quasi an. Müssten wir erst mal lernen, die Namen richtig auszusprechen, fürchte ich. Ja, oder wir nehmen die amerikanischen Übersetzungen. Die haben meistens auch immer schöne Namen für den amerikanischen Markt. Ne, Leute, das war es von uns und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Dann willkommen beim Tele-Stammtisch und bei einer neuen Filmvorstellung. Ich bin Christine, eine von den drei Frauen des Comic-Klatsch und bei mir ist der... Patrick, hi. Ich bin regelmäßig hier beim Tele-Stammtisch und auch ein regelmäßiger Stammgast beim Steffen von den Comic-Cookies. Hi. So, und wir wollen heute über einen Film sprechen, der es durchaus in sich hat. Der heißt Under the Tree. Ja. Sie hat... Ja, ich spreche es einfach aus. Hafstein Gunnar Sigrössson. Ja. Es ist ein Film, der ab zwölf Jahren freigegeben ist, 2018 produziert wurde und jetzt in die Kinos kommt. Er geht knapp eineinhalb Stunden, 89 Minuten und wird laut Angabe vom Hersteller als Komödie eingestuft. Okay. Wobei ich das jetzt selber eher als bitterböse Komödie sehen würde, weil Komödie ist etwas irreführend. Oder bitterböse Charakterstudie, würde ich fast schon sagen, weil für eine Komödie ist er sehr, sehr trocken. Aber wir wollen auch nicht das Fazit vorgreifen. Ich glaube, ich habe auch nur einmal gelacht. Ja, ich auch. Aber die Szene kann ich ja später noch beschreiben. Ja, dann würde ich einen separaten Spoiler-Part ganz am Schluss setzen. Und wir besprechen das vorher erst mal so ein bisschen im Detail. Genau. Da magst du gerade was zum Inhalt sagen. Es geht darum, ein zerstrittenes Pärchen, also der Mann wird vor die Tür gesetzt und dann ist er bei seinen Eltern und gerät da in einen Kleinkrieg, der damit anfängt, dass da ein ziemlich großer Baum wohl denen die Sonne im Garten wegnimmt. Und die sind schon anscheinend länger verfeindet, also die schaukeln sich richtig wegen einigen Kleinigkeiten hoch und der Sohn gerät, während er kurz vor seinem Scheidungskrieg ist, dann noch in diesem Kleinkrieg zwischen diesen älteren Pärchen und seinen Eltern. Genau. Hast du da was zu ergänzen? Vielleicht direkt mal was zum Aufbau. Der Film fängt ja eigentlich mit der Ehekrise an, mit der Nahenden. Deswegen habe ich die ja auch erwähnt. Ja, ja, die Beziehungskrise ist ja eigentlich schon da, das kommt jetzt nur das i-Tüpfelchen und man denkt dann am Anfang, es geht jetzt um diese Beziehung, aber eigentlich ist die Beziehung immer mehr Rüchte am Rand. Es geht eigentlich wirklich nur um diesen Nachbarschaftsstreit. Und es geht wirklich um sehr, sehr viele Kleinigkeiten. Ja, der Hauptgrund ist der Baum. Nicht umsonst heißt der Film so. Ja, was ist denn eigentlich die erste Streitigkeit gewesen? Die erste Streit war der Baum. Der erste Streit ist erstmal mit dem Pärchen, dann ist es der Baum, dann geht's, beide haben auch noch Hund und Katze. Also die Nachbarn. Die alte, boshafte Nachbarin stört sich ziemlich an dem Hund, kriegt man mit. Und die beiden anderen älteren Herren streiten sich dann auch nochmal anderweitig. Der Schwiegervater hetzt dann quasi noch so einen Anwalt, den auf den Hals, der das irgendwie vermessen soll, ob das da mit rechten Dingen zugeht und sowas. Also man kann gar nicht sagen, wie absurd viele Streitigkeiten das sind, weil es ist wirklich, du denkst dir, irgendwie hab ich grad eine Dramaversion von Seinfeld erwischt oder was auch immer. Ja, auf jeden Fall. Was ich auch heftig finde, wie dich das immer mehr reinsteigert und gerade bis auf das eine Gegenende, dieser passiert dann halt noch ein großer, beziehungsweise zwei große I-Punkte, wo du denkst, okay, ist das davor ja alles Sachen, wo du sagst, das kann alles echt passieren. Das passiert alles echt. Das ist keine Fiktion. Man muss dazu echt sagen, das beruht ja darauf, dass die beiden Fronten quasi im Prinzip haben sie nachvollziehbare Motive. Sie sind bis auf die alte Frau ein Stück weit nachvollziehbar. Und irgendwie kann man verstehen, dass sie alle Parteien irgendwie Recht haben und dass da keiner irgendwie nachlässt, dass er nachgibt oder die sich hinsetzen und sagen, ey, komm, lass uns einen Kompromiss finden, wird das steigern, die sich da richtig in ihre Konflikte rein und keiner will nachgeben, irgendwie auch nur im Ansatz. Und vor allem die alte Frau befeuert das dann nochmal richtig ordentlich. Ja, absolut, ja. Und sorgt dafür, dass es irgendwann so einen Punkt gibt, wo sie nicht mehr sich friedlich zusammensetzen könnten. Nee. Also gerade die ältere Frau, die ist mir, also die war mir von Anfang an unsympathisch. Ihr Mann war dann mehr durchsit der Sympathiepunkt. Die anderen beiden konnte ich ewig nicht einordnen. Ich sag mal, das jung gebliebene alte Pärchen. Nee, man merkt dem Mann an, dass der ab und zu schon mal den Streit geschlichtet hat. Oder seine Frau auch bremst, weil der wirkt so ein bisschen diplomatischer. Genau, ja. Und bei dem Elternpärchen, da wirkt es auch so, ja, ich konnte die auch erst nicht zuordnen. Und sagen wir es so, die trauen sich einfach nicht groß, was zu sagen, aber auch da will keiner nachgeben. Da meint einer, ja, kurz, ruft doch die Polizei. Ja, was soll denn die Polizei davon denken? Ja, genau dasselbe, was der Zuschauer denkt. Einigt euch endlich mal irgendwie. Ja, im Gegensatz dazu ist ja der andere Erzählstrang mit der Beziehung, der anfangs etwas heftiger ist wie der Nachbarschaftsstreit, der veräppt ja dann so ein bisschen. Ja. Und der gerät ja so ein bisschen in den Hintergrund. Das ist ja eigentlich eher das positive Beispiel. Und man kann auch so eine gewisse Symbolik sehen, dass beide Hund und Katze haben und im Prinzip sind das von der Natur aus so gesehen Todfeinde. Aber Hund und Katze machen sich in diesem Film wirklich gar nichts. Die stehen da, gucken sich komisch an, denken so, okay, was machen die Dosenöffner denn da für ein Mist und sind eigentlich relativ friedlich. Ja, ja, vielleicht sogar ein bisschen zufriedlich. Ja, vielleicht sind sie auch schon aneinander gewöhnt oder denken, ach man, was wollen die jetzt schon wieder von uns? Und gerade Katzen, das wissen wir beide, die haben Charakter, wenn sie keine Lust haben, dann zeigen sie das eben auch. Ja, dann sagen die Tschüss. Ja. Und das passiert ja auch mehr oder weniger hier. Ich meine, die Katze ist ja dann, die sorgt ja gerade für den Höhepunkt, für die Eskalation. Also die Katze verschwindet, die geliebte Hauskatze und dann ist Game Over. Dann sieht die eine Frau nur noch rot und ist eskaliert förmlich. Dann werden noch Überwachungskameras installiert, dann knallen die sich noch mehr an den Kopf. Also als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich mich so ein bisschen schwer getan. Dann ist das jetzt Drama, ist das Komödie, weil die nehmen sich alle wirklich so bierernst. Ich habe mich da so ein bisschen schwer getan, da irgendwie zu, ja wo ist denn da die Komik? Im Prinzip ist es schon fast in diesem Drama, an diesen Kleinigkeiten, an denen sie sich hochziehen. Ja, also Komik, ich gebe nur eine Szene, wo ich lachen muss, dann ging es eigentlich nur um dieses, das andere Pärchen. Also der Hintergrund, das ist ja auch kein Spoiler, der Auslöser ist ein Sextape, kann man einfach so sagen. Ja. Ist der Auslöser, mehr muss man zu den Details gar nicht sagen. Und witzigerweise ist halt dieses Sextape mehr oder weniger für auch ein Gesprächsthema bei einer Nachbarschaftsbesprechung, als es um irgendwie eine neue Kanalisation geht. Und da wird sich halt beschwert, dass ein anderes Pärchen halt zu laut Sex hat. Ach ja, ja, diese... Das war so eine Szene, wo ich sage, das ist genau, das passt jetzt. Das zeigt nochmal die Fronten, die einen, die schwanger sind, die wollen nicht hören, dass ihr Sex habt, sowas ist unnatürlich. Und die anderen, pff, ist ja normal, und was ist denn so ein Sextape? Ist doch nichts Schlimmes. Also das war so eine richtig sympathische, auflockernde Szene. Und danach wird das ja wieder so ein bisschen ernst und wo ich dachte, oh ja, also da gibt es auch Stellen später, wo ich richtig schlucken musste. Und gerade, wenn man dänische Filme sieht, hat man automatisch sowas wie Adams Äpfel im Kopf. Ja, ja. Dafür fehlen leider die geschliffenen Dialoge. Es fühlt sich wirklich in der Boshaftigkeit verdammt realistisch an. Ja. Was würdest du sagen, würdest du den Film empfehlen? Ich würde den Film empfehlen, aber nicht unbedingt, wenn man einen schlechten Tag hatte, weil dann kann er einen wirklich nochmal in eine deutlich abgefucktere Stimmung bringen. Sondern wenn man mal Bock hat auf ein etwas schrägeres Drama, dann würde ich das empfehlen. Oder wenn man mal auch so kleine Independent-Filme hat und mal im Prinzip sowas wie eine Independent-Version von einem eskalierenden Stephen-King-Film sehen will, ohne Horror-Elemente. Im Prinzip auch dann. Es erinnert mich auch an diese ganzen Stiefvater- und Stiefmütter-Filme, die es in Amerika gibt. Wie so dieses extreme Comedy haben. Und das hier ist eigentlich so ein Beispiel komplett runtergebrochen, ohne diese Übertreibungen in dem Sinne, sondern wirklich minimalistisch auf das Wesentliche konzentriert und dann halt so bitterböse. Oh ja. Also so und so in die Richtung würde ich das, der bitterbösere Gegenpart von den amerikanischen Komödien dazu. Auf jeden Fall. Oh ja. Also ich würde es auch empfehlen, aber halt auch unter dem Schutzfilm so, hm, nicht unbedingt in der depressiven Phase und mach dich auf was gefasst. Es kommen auch Tiere drin vor. Und die Tiere müssen auch so ein bisschen leiden. Ja, leider. Oder auch, das ist auch kein Partyfilm, das kann man auch schon mal sagen. Das ist jetzt nicht der Film für ein Bierchen, sondern eher für den etwas gehobenen Abend. Ja, ja, genau. Also nicht mit den Freunden Partyabend machen, sondern das ist eher was für die entspanntere Couch-Tour. Am besten mit der Katze auf dem Schoß. Die dann nicht flüchtet. Äh, meiner wird flüchten. Wollen wir an dieser Stelle noch einen kurzen Spoiler-Part mit einbauen? Ich würde erst mal sagen, wie viele Punkte wir geben, weil das bringen wir ja auch beim Tele-Stammtisch. Ich würde dem Ganzen drei von fünf Punkten geben, einfach weil da ein bisschen was fehlt. Es ist bitterböse, aber so irgendwie das letzte Quäntchen fehlt mir dann. Oder wie kann man es sagen, so die letzte Fußnote. Das letzte bisschen, was das so aufrundet für mich. Also ich tue mich bei Punktevergabe immer etwas schwer, aber ich sage, weil ich immer, ich rechne aber eigentlich mal mit zehn Punkten. Aber ich würde jetzt in dem Fall, würde ich auch sagen, so drei, beziehungsweise bei zehn Punkten so sieben. Es ist ein Film, den man gucken kann, aber mit Einschränkungen. Ja. Da fehlt das gewisse Extra noch. Und wirklich, gerade bei dieser alten Frau, wenn wir drüber reden, mir läuft noch ein Show über den Rücken, weil die ist wirklich so unangenehm, diese Frau. Und ja, dann gehen wir jetzt mal in einen kleinen Spoiler-Part über, würde ich sagen. Ja, ich möchte mich gerne über einen Punkt reden. Natürlich. Und zwar, als die Männer sich an die Kehle gehen. Ja. Also das war etwas, was ich finde, was der Film nicht gebraucht hätte. Nö, es war wirklich, deswegen habe ich das auch mit Stephen King verglichen. Das hat mich so ein bisschen an Needful Finks erinnert, wo die sich so behagten, du hast meinen Hund umgebracht, du hast mein Mikrofellenherz kaputt gemacht. Und daran hat mich das erinnert, weil das war wirklich so, dieses letzte Quäntchendrama, das es nicht gebraucht hätte. Auf der anderen Seite denkst du dann eben, ja, irgendwie ist es nur fies und konsequent, weil dadurch ist die boshafte alte Frau letztendlich dann am Schluss ganz allein. Und hat niemanden mehr, den so großartig angiften kann. Ja, aber ich fand trotzdem, also diese Szene da in dem Raum, da mit der, wie die sich erstochen haben, das war dann, wo ich sage, ach, zu viel. Das war wirklich ein bisschen teertragisch. Oder ein Haus runterfallen müssen oder ein Autounfall, das wäre realistischer gewesen, wird das, was die da in ihrer Werkzeugkammer gemacht haben. Oder irgendeiner von der Nachbarschaftswache hört wieder ein bisschen zu lautes Gerammel und dann wird der aus Versehen dabei umgefahren. Irgendwie sowas. Also, also, das war mir, das war mir ein bisschen zu, too much. Das hat nicht reingepasst. Irgendwie gar nicht, vor allem wie sie dann so da liegen und äh. Ja, das war so, wo ich dachte, schade, das hat mir gerade, zum Glück kommt ja danach noch eine Szene, wo ich sage, Gott, sie rettet den Film ein bisschen noch. Ja. Das war nochmal das, das, das bessere i-Tüpfelchen am Ende. Ich weiß genau, was du meinst. Das rundet alles nochmal ab, aber diese Männer-Szene hätte ich gerne rausgeschnitten. Vor allem, weil diese Männer nicht wirklich in Konflikt gesucht haben, deswegen wirkte das wirklich deplatziert. Ich dachte, ihr versteht euch, ihr könnt euch doch kommunizieren, ihr seid erwachsene Menschen. Warum? Ja, das war, ja. Es ist wirklich so, aber ich erlebe wirklich jeden Tag durch meine Arbeit dann Menschen, die wegen anderen Sachen eskalieren. Deswegen, ja, es ist wirklich erschreckend realistisch. Ja, eskalierende Menschen kenne ich auch. Ja, das war eigentlich so der Spoiler-Part, mehr wollte ich gar nicht zum Spoiler sagen. Aber es lag mir so ein bisschen auf der Zunge, ich musste es loswerden. Weil der Rest ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so relevant, da muss man nicht spoilern. Aber das war so etwas, wo ich sage, warum? Nee, und das war auch wirklich, dass das bei mir die höhere Wertung verhindert, hat eben wirklich diese Szene. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, sind wir mit der Besprechung am Ende. Also, wir hören uns bis demnächst. Tschau. Tschüss. 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 Tschüss.